In Morgenland bei Seefeld erlebt die Familie Kimena, die für Sonntag 15. Juni zum Tag des offenen Hofes einlädt. Von 10 bis 17 Uhr können die Gäste einen Milchviehbetrieb erleben, wie er für die Wesermarsch typisch ist. Veranstalter ist der Kreislandvolkverband Wesermarsch, der zwischen 350 und 6000 Besucher erwartet. Willkommen sind vor allem Familien. Für Kinder wird viel geboten, vom Malwettbewerb über ein Hofquiz bis zum Drehtrecker fahren. Hinzu kommen zahlreiche Informationsstände, beispielsweise von der NWZ mit ihrer Aktion Mein Bauernhof. Beginnen tut der Tag mit einem Hofgottesdienst. Dann folgt gegen 11 Uhr die offizielle Eröffnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017